Recht herzlich willkommen zur 71. Folge von Arvorion. Ja, Milchproduktion ist hier. Wir sind also durchs Tor, gerade durch. Und jetzt suchen wir weiter nach gewissen Stationen. Leiterfabrik wäre vielleicht interessant zu gucken, was die so haben möchten. Wir brauchen ja Antigraf-Einheiten. Die wollen Platin haben, wäre auch schon vom Geld her. Aber wir können ja erstmal unser Handelssystem gerade befragen, was das hier im Sektor sagt. Solarkraftwerk zur Öl. Aber 4 Credits gewinnen ist jetzt nicht so präkelnd. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und verkauft wird ja auch nicht das, was wir wollen. Haben wir letztes Mal, glaube ich, doch eigentlich geguckt, wo wir hin müssen, oder? Hier oben Sucher. Wieso? Wir sind letztes Mal nach Nordost geflogen. Nordost ist jetzt nicht unbedingt Richtung Antigraf-Einheiten. Die waren da. Oder suchen wir neue? Wie war das noch? Ja, dann ist das halt so. Wir fliegen jetzt mal hier in diese Richtung, um das neu zu entdecken, was da los ist, denke ich mal. Milchproduktion hatten wir. Das ist nur das Kraftwerk. Die hatten das mit dem Dingens. Ja, da ist das Tor. Ist das das gleiche Tor? Bin ich schon so einmal rumgedreht? Okay. Ja, kurz Karte gucken nochmal. Wo müssen wir lang? Nach Südwest. War das schon jetzt? Nee, Ost-Süd-Ost. Nach Südwest. Wir sind nach Nordost geflogen. Achso, nee, doch. Wir wollen da schon lang fliegen. Aber wie kommen wir denn da rüber, bitteschön? Wir sind letztes Mal nach Nordost, ja. Wir sind dann wohl über den... Oh, da kommen wir noch gar nicht so rüber, ne? Oder? Nur hier, wenn. Okay, dann würde ich sagen nach Süd... Ost-Süd-Ost. Das ist das richtige Tor. Hatten wir doch hier gerade, ne? Fliegen wir da hin. Dann gucken wir, dass wir weiterkommen. Oder springen wir gerade... Nicht wirklich fliegen wir so hin. Ja. Machen wir uns durch das Tor da durch. Und dann schauen wir weiter. Okay. Was möchte ich das Habitat? Wir wollen die? Okay. Ist hier noch was? Das war das Habitat. Da sind Tore. Ich glaube, das war's. Dann sind nur noch Schiffe unter Astroiden und Gürtel und sowas. Stopp. Das war jetzt falsch. Ich wollte... Entschuldigung. Ich bin ein bisschen erkältet, ne? Klimaanlagen-mäßig so, ne? Besser macht man sowas nicht. So, jetzt können wir bis dahin springen. Bringt mir aber nix. Das heißt, wir springen hierhin nach... Nord-Nord-Ost müsste das sein. Tor war hier irgendwo eins zum Beispiel. Ost-Nord-Ost ist es okay. Ost-Nord-Ost. Ja, Ost-Nord-Ost. Fliegen wir da hin, ne? Dann da durch. Und dann gucken wir, dass wir rüberkommen. Hier sind so ein paar Astroiden. Ich muss hier, glaube ich, ein bisschen langsamer fliegen und gucken, ob ich nicht irgendwo gegen Donner... Geht aber, ne? Ja, passt. Ost-Nord-Ost. So, da mal durch. Und... So, jetzt nehmen wir aber... Das Tor, wo wir noch nicht waren. Ost-Süd-Ost oder Ost-Ost-Süd ist das, ne? Ne, Süd-Ost. Und wir müssen das Ost-Ost-Süd-Ost nehmen. So ist es. Ist hier noch was in dem Sektor dran, ne? Ich glaube nicht, ist nur eine Kreuzung mit... Na, genau. Also, auf geht's. Da hinein. Das müsste jetzt der Weg sein, den ich noch nicht genommen habe. Dann sehen wir, was dahinter ist. Los geht's. Und dann sind wir da drinnen. So, das ist der Sektor, wo wir noch nicht waren. Genau. Oh, das wollte ich jetzt nicht da drauf schießen. Wollt eigentlich nur... Teleporter-Fabrik interessant. Plasma-Zellen. Ja, komm, zack, ausruhen. Mal gucken, was hier los ist, ne? Plastikhersteller. Schafs-Wrench. Teleporter-Handala. Und hier unten ist noch... Fusions-Kern-Fabrik. Einmal da reingucken. Was wollen die auf dem schwarzen Brett? Die wollen Energieröhren. Oder Fusionskerne. Lass uns mal gerade hier oben gucken, was das hier macht. Ah, hier kann man was... machen. Das sind 600. Und das sind... 6,4... 6,700. Na, die Trauben könnte man hier transportieren. Das bringt's, ne? Das ist das Weiden. Luxus-Essen. Alles klar. Handelsstationen. Aufnehmen. Und rüberbringen. Und jetzt müssen wir nur gucken, wie viel die haben wollen. Güter handeln. Luxus-Essen. Zwar... Also... 3,7. Können wir kaufen. Nochmal hier hin. Und den auswählen. Und dann gucken wir gerade rein. Wie viel Luxus-Essen die verkaufen. Die haben 466. Ja, ein bisschen was ist das. Können wir, denke ich, mal kaufen und rüberbringen. Macht Sinn. Ach, wir können nur 122 wahrscheinlich transportieren, ne? Okay. Machen wir aber. Und der Handelsposten ist ja auch gleich um die Ecke. Sozusagen nur 51 Kilometer weit. Okay. Und wo hat er die Unlock-Möglichkeit? Da unten. Jetzt sagen wir, der ist vorne vor, oder? Okay. Und tocken. So. Güter kaufen. Luxus hier. 122 kaufen. So, und jetzt. Die auswählen. Und das ist da irgendwo. Okay. Fliegen wir da ein. Ganz schön schwierig da, ne? So, ich soll gleich aufpassen. Ich soll nicht so gegenknallen. Piraten greifen den Sektor schon an. Alles klar. Und sind auch bei uns in der Nähe. Treffen uns nämlich. Oder fast. Dann wollen wir mal schauen, dass wir schnell hier andocken. Und unsere Bahn loswerden. Da hinten sind die Piraten. Ach, das ist die falsche Stelle zum anderen. Das hier ist das Richtige. Handel. Verkaufen. Luxus essen. Hallo? Warum geht das jetzt wieder nicht? An Stationen verkaufen. Da war zwischendurch einer da. Und hat abgeliefert. Super, ne? Hat gut geklappt. War wohl der da gegenüber. Jetzt haben wir auch noch 122 Luxus essen an Bord, die wir nicht brauchen, ne? Läuft. Ja. Schade drum, ne? Schwarzes Brett ist nix. Güterhandel. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? War es das. Ja. Können wir unsere Handelsgeschichte nochmal angucken zwar. Aber bringen tut das ja auch nicht so wirklich was. Ich glaube für 6.1 und 6.4 haben wir es gekauft, ne? Luxus essen. Ja, ist nur die eine Station. Ja, erledigt. Gut. Karte aufrufen. Und wir springen jetzt mal nach hier. Mit unserem Warp-Antrieb. Und schauen zu, dass wir da direkt hinkommen. So, und dann los geht's. So, dann sind wir hier. Gucken an die Karte. Dann gibt's ne Verbindung nach da noch. Äh, hier war ja nix mehr. Ne, hier waren wir ja schon, kennen wir uns ja schon aus, ne? Gucken grad hier. Da rein. Luxus essen ist hier nicht. Das heißt, wir können gleich ins nächste Tor jumpen. Ost-Süd-Ost-Tor. Ja. Da müssen wir gucken, da sind irgendwelche Asteroiden im Weg. Das ist hier ein dicker, ne? Na, dann nehmen wir den noch gerade mal mit. Hinteraktion. Einnehmen. Hinteraktion. Wir können den für das verkaufen. Das ist die Frage. Ja, zack. Geld ist Geld, ne? Und ab zum Tor, nicht da. So, da rein. Und dann schauen wir, ob wir rauskommen. Ja, Map. Aluminium herstrahl. Okay. Hier. Nix. Hier. Luxus essen. Oh, das lohnt sich. Da fliegen wir hin. Äh, ja. Haben wir ausgewählt, ne? Ach, das ist der da schon. Okay. Dann da hin. Dann gucken wir zu, dass wir das Luxus essen auch wieder gut loswerden. Der Preis war sogar besser wie den, den wir beim anderen erzählt hätten. Also auch nicht schlecht. Wohnt sich dann noch, ne? Gucken wir, dass wir den Yangsu antitschen. Und da ist die Station schon. Da gibt's auch einen Dockingport. Auf der Seite. Und F. So, Güter handeln. Verkaufen. Luxus essen. Wir haben sogar noch 30 Antigraf-Einheiten. Sehr interessant. Aber erstmal die loswerden. Haben wir 4,1 daraus gemacht. 900.000 hat das ergeben. Ich weiß nicht, wie wir bezahlt haben. Weiß ich nicht mehr. Und. Ich weiß nicht, für was wir die gekauft haben. Aber ich werde die definitiv noch behalten. Und hier nicht verkaufen. Ich glaube, wir haben sie für 24 gekauft. Wäre ja auch ein schöner Preis, ne? Aber die besseren Wert gibt's natürlich wahrscheinlich für die Aufgaben, oder? Das ist jetzt eine gute Frage. Ne, ich mach's nicht. Fliegen wir weiter. Gucken kurz auf die Karte. Das war hier gegeben. Edelmetall-Minen. Vielleicht sind hier Metall-Minen, die wollen ja auch Antigraf-Einheiten. Die sollten wir uns vielleicht nochmal gerade angucken. Säure brauchen die. Und die. Auch Säure. Hier ist jetzt niemand, der noch was haben möchte, glaube ich. Kann das sein. Da ist noch einer. Auch Säure. Hier wollen alle Säure haben. Ja, ich glaube, das war's dann, ne? Hier haben wir eben schon gehabt. Da ist noch ein Tor. Die haben wir angeguckt. Was war das da? Auch Ressourcen, okay. Gut. Karte. Ost-Süd-Ost. Was ist das? West-Nord-West? Ne. Sind wir ja wahrscheinlich hergekommen. Ost-Süd-Ost. Dann fliegen wir da hin. Gucken in den neuen Sektor. Ja, und dann machen wir in der nächsten Folge weiter, denke ich. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.